Es ist 10 nach 12, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Schnee gibt es zwar, aber Skiurlaub fällt wahrscheinlich wegen Corona flach. Sollte Winterurlaub in dieser Saison grundsätzlich verboten werden oder haben Sie vielleicht schon Pläne gemacht? Zahlreiche Glatteisunfälle haben am Morgen Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in Nordrhein-Westfalen in Atem gehalten. Das Blitzeis verursachte zum Teil schwere Unfälle. Fahrzeuge kamen in Schleudern, durchbrachen Leitplanken oder in einem besonders heftigen Fall stürzten sogar an einen Abhang hinunter. In mehreren Bundesländern haben Landwirte über Nacht die Zentrallager von Aldi blockiert. Allein in Niedersachsen zählte die Polizei mindestens acht solcher Aktionen, unter anderem im ostfriesischen Hesel. Die Landwirte fordern Gespräche und wollen sich mit der Blockade gegen das Preisdumping wehren. Ja und die vollständige Doku mit dem Titel Fast Toys, womit unsere Kinder spielen, können Sie sich jederzeit in der ZDF-Mediathek anschauen. Im vergangenen September, da brannte auf der A40 beim Mühlheim ein Tanklaster. Dabei wurden mehrere Eisenbahnbrücken schwer beschädigt. Eine erste Überführung wurde bereits direkt nach dem Unfall abgerissen. Dafür wird nun eine Hilfsbrücke eingebaut. Zwei weitere Brücken werden jetzt abgerissen. Dafür muss die vielbefahrene A40 erneut gesperrt werden. Für Pendler bedeutet das große Umwege, wie mein Kollege Thomas Münden zeigt. Emden in Ostfriesland gilt wegen der vielen Kanäle und Brücken als echter Tourismusmagnet. Leider bringen die Besucher aber auch so manches an Müll und Schrott mit und entsorgen diesen zum Teil im Wasser. Sebastian Bormann und sein Kumpel Hermann, die wollen das nicht einfach hinnehmen und holen ehrenamtlich mit ihrem Boot den Müll aus den Kanälen. Unglaublich. Zu schnelles Fahren in geschlossenen Ortschaften oder über Rot fahren, klar. Sowas wird ja bestraft, das wissen wohl auch die meisten. Aber im Bußgeldkatalog findet sich auch manches, das vielleicht nicht so bekannt ist. Oder wussten Sie zum Beispiel, dass unnützes Herumkurven 20 Euro kosten kann? Oder dass Hunde aus dem Autogassi herausführen mit einem Bußgeld von 5 Euro belegt wird? Nein? Dann haben wir für Sie jetzt noch weitere Überraschungen. Ja, wirklich unglaublich. Alexander Stendl, der wohnt mit seiner Familie in Berlin und betreut hauptberuflich Start-ups. In seiner Freizeit hebt er aber am liebsten ab. Mit zwei Freunden hat er sich in Brandenburg seinen Traum aufgebaut. Mittlerweile teilen auch seine Söhne und Ehefrau die Leidenschaft des 44-Jährigen. Welche das ist, hat Antje Klingbeil auf ihrer Expedition herausgefunden. Schottland ist ja vor allem für den Dudelsack, Nessie, Whisky oder Haggis berühmt. Als feinstes Schokoladenparadies ist der Norden der britischen Insel nicht gerade bekannt. Aber das könnte sich jetzt dank einer Deutschen ändern. Sympathische Familie. Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass in Bremerhaven Eisbärenzwillinge zur Welt kamen. Seitdem sind die Schwestern Anna und Elsa natürlich das Highlight im Zoo am Meer. Die beiden haben sich prächtig entwickelt. Der erste Geburtstag muss natürlich gefeiert werden. Leider ohne Besucher wegen Corona. Das verdirbt den beiden Eisbärprinzessen, aber nicht die Geburtstagslorne. Bären stark, wir tauchen jetzt auch unter. Hier geht es nämlich direkt weiter mit dem ZDF-Mittagsmagazin. Und Jana Pareiges, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Ab 10 nach 12, ich zähle auf Sie.